Ich befinde mich hier vor der Sophien-Katentrale, die man im Hintergrund sieht, mitten in Kiew. Hier tummeln sich im Normalfall hunderte Touristen, aber bei der derzeitigen Situation, wo es ja auch seitens von Deutschland und Österreich Reisewarnungen gibt, sind hier nur ein paar Ukrainer, die hier spazieren gehen. Aber wie gesagt, es ist momentan hier in Kiew absolut ruhig. Es ist business as usual, die Leute gehen ihrer Arbeit nach. Aber wenn man mit den Menschen spricht, dann merkt man natürlich, sie sind sehr, sehr nachdenklich. Und viele haben auch Angst, dass Russland die Ukraine angreifen könnte, dass sie über die Grenze im Osten hereinfallen, in die Ukraine, in die Gebiete um Donetsk. Oder dass sie mit ihren Waffen, mit ihren Mittelstreckenwaffen auch Kiew angreifen könnten. Und die Leute sind aus diesem Grund wirklich beunruhigt. Ich habe auch mit einem Österreicher sprechen können, der mir schon erklärt hat, dass hier in Kiew viele der Österreicher und auch Deutschen, die sie kennen und die hier leben, das Land verlassen haben. Und auch einige Ukrainer haben gesagt, dass sie bzw. Teile ihrer Familien jetzt demnächst dann in den Westen des Landes fahren werden, wo es ruhiger ist. Denn hier in Kiew, da haben sie Angst, dass die Russen wirklich einfallen werden. Was Wladimir Putin, der russische Präsident, dann wirklich machen wird, das steht noch in den Sternen. Es wird viel gemunkeln, es gibt viele Theorien. Aber letztendlich hoffen alle, dass es zu keinem Krieg hier mitten in Europa kommen wird. Vielen Dank.